ja hallo meine freunde ich bin es mal wieder euer farian ich werde mit mit dieser folge jetzt ein survival tutorial beginnen das werde ich über verschiedene parts machen und ja legen wir mal los da habe ich hier nämlich schon mal was vorbereitet so ein bisschen gesammelt habe hier eine schöne hülle gefunden ja eisen habe ich auch schon ein bisschen aber nur ein bisschen ja so weit ist das immer so eine lustige sache mit der lava das ist immer so eine sache bei mir dass die lava zieht mich so förmlich anders so dass sterbe ich schon öfters machen ja die tutorial parts werde ich jetzt alle zwei tage machen beziehungsweise hochstellen die kreis hier die kreis hier die stelle kommen wir mal ein paar fackeln zack kohle kohle ist immer so eine sache da das ist eines der wertvollsten jetzt nicht aber das braucht man am meisten von allen das eins der wichtigsten ärzte die es gibt hier in minecraft haben wir ja hier gleich die ganze mine oder was das ist ja so eine ganz fast eine schlucht hier das ist ja auch nicht schlecht ja ich habe jetzt erstmal nicht angefangen bett zu bauen weil für mich ist das immer so eine sache und das finde ich eigentlich relativ relevant also es ist nicht ich mag das halt nicht ich bin da eher so einer der auf ärzte ja geht und wertvolles sammelt sehen wir hier wieder nichts ach ja das ist geschmackssache wie man anfangen will also will man ja jetzt nichts vorschreiben haben wir schon mal wieder ein bisschen ja es leckt ein bisschen das kann daran liegen dass ich so viel programm gerade offen aber ich habe jetzt nicht unbedingt wo eisen haben wir hier schon mal ganz schön viel jetzt muss ich mal das wasser hier stoppen nein du läufst da jetzt nicht weiter gut dann haben wir das schon mal geregelt mit dem wasser hier geht es ja noch weiter runter und noch mehr da wollte ich noch gar nicht hin stoppen wir mal das wasser ja es leckt ein bisschen das ist ein bisschen jetzt doof mit dem bewegen aber es hält sich in grenzen hoch bin ich jetzt runter gefallen wo bin ich rüber nicht schlecht da sehen wir wieder nichts naja das problem ist ich muss jetzt erstmal wieder dann wieder rausfinden ich bin jetzt schon so tief tief in der höhle also bin ich mal gespannt wie ich hier wieder rauskomme also an eisen mangelt es hier gar nicht also eisen gibt es hier jede menge naja leute das das war jetzt erstmal fürs erste der part wie gesagt gibt einen daumen nach oben oder ein abonnieren wir sehen uns dann beim nächsten mal adios omega ja ja ja